Guten Morgen, ich begrüße Sie im Namen des Herrn Jesus Christus. Ich bin heute Morgen, wo ich will von reden als von gelaufen. Ich habe in dem Thema gesagt, ohne gelaufen, dass das allmählich Gott gefällt. Und das ist, wo ich will von reden, von der Schrift an das Wissen, was der Schrift zu sein hat von Glauben. Wo ich will, dass wir im Glauben leben. In verschiedenen Üsagen, ich will, dass wir Glauben haben, besonders als Christen. Die Nichtchristen, die brauchen gleich im Glauben leben, die sind gleich im Glauben gekommen. Aber wir, als Gott, sind die Kinder, wir machen im Glauben, im Glauben wandeln. Alles, was wir tun, das müssen wir im Glauben tun. Wir wissen, dass wir gereich sein können für Gott durch den Glauben. Und auch, dass wir nach Gott kommen, wenn uns das einst, was fehlt. Was immer das ist, wo wir Bedürfnisse haben im Gebet oder was immer, dann darfst wir nach Gott kommen, wo wir im Glauben tun müssen. Das müssen wir gelaufen. Und wenn wir von dem auch für nicht Gott sehen würden, weil er kicken würde, um das ist. Und wenn wir nicht ein Mensch kicken, dann durchweichen Menschen, das haben wir ein bisschen gewassert, das haben wir so gehört, dass sie verschiedene Wurken dann am Gericht sind für Gott. Sie haben verschiedene Regelungen und Gesetzen, was sie nur folgen, wir haben sogar Menschen ihre eigenen Gesetzen in der Probe nur zu folgen, und vor allem dann sind sie erreicht wie Gott. Aber das ist nicht, was die Bibel anzulernen hat, was der Schrift anzulernen hat. Wir können nicht gereich sein, durch unsere Wurken, die Dinge, die wir tun, oder alle Regelungen, nur folgen und so weiter. In Galater 3, Vers 1, sagt Paulus, es steht dort als Klo, dort durch das Gesetz, kein Mensch für Gott gereich ist. Also das Gesetz nur folgen, auf keiner könnte verbringen, vor ich merken, da durch das keine gereich für ich wurden. Wer durch den Glauben gereich ist, soll leben. Wer durch den Glauben gereich ist, soll leben. Der wird auch ihr Leben haben. Und wir wissen auch, dass Gott seine Kraft dort ist, wo die Kraft ist, durch Gott und durch den Glauben. Auch in Räumen 1, Vers 1, sagt Paulus, Paulus verteilt auch viel von den Glauben, wo einer im Glauben sein muss, und durch den Glauben kann erreich werden, und so weiter. Und hier wird es prägen, und zu vielen Menschen prägen und leiden, dass sie durch den Glauben geraten werden müssen. Und hier ist er in Räumen 1, Vers 1, sagt er, ich schäme mich nicht mit dem Evangelium, weil er weiß, dass das, was das Evangelium reden hat, und was das sein soll, dass ein Mensch geraten werden soll, durch den Glauben. So heißt er, ich schäme mich nicht mit dem Evangelium von Christus. Also, dort ist Gott seine Kraft. All die selten, die merken, die durch den Glauben. Und er sagt er, erstens der Jüden, dann aber auch der Griechen. So, und jeder einer könnte am Glauben kommen, der würde ein gereichtfertigt sein, wie Gott, wenn die Glauben haben. So, und das ist, was Paulus auch sehr viel prägen hat. Und er sagt er, dort wiesst uns, wo Gott uns durch den Glauben gereicht merkt. Also, Gott sin Wut wiesst uns dort, wo Gott durch den Glauben uns gereicht merkt. Er sagt er, und wo der Glauben immer tonnimmt, so ausgeschrieben steht, der Gerechter soll durch den Glauben leben. Also, die gereichte Person, die soll im Glauben leben. Nicht durchwägen Dinge, was ich kann sagen, stäunen in der Ehe-Kauf, aber durch den Glauben, das, wo der Gerechter leben soll. In Hebräer 10, Vers 38, sagt er, und er sagt er, Er wird leben, wie er gelieft. Und er sagt er, und wenn er sich über 3 treigt, half Minus solltet sein, gefallen on. So, ich verstehe, dass er mit das, wenn er, wenn er, wenn er kommen ist, und er sagt, über 3 treigt, in der, wo er noch wägen, noch going, und du noch leben, da, to have Gott, gefallen on. Weil es 3 treigt, in der, half Minus solltet sein, gefallen on. sagt er. In der Englisch sagt er, look, now the just shall live by faith. So, die Gerechter sollen im Glauben leben. Und dann auch inerzule, wo dann wir sollen Glauben haben, dort ist, dort ist, wo wir Gott gefallen können. Dort ist der einzige Weg, wo wir Gott gefallen können. Wenn wir im Glauben leben, dann, wir haben Gott nicht unglauben gefallen, sagt die Schrift. Wenn wir nicht Glauben haben, als er allmählich Gott gefallen, sagt er. In Hebräer 1, er sagt, wir uns unglauben, als er allmählich Gott gefallen. So, da ist nichts, was wir können tun. Keine Wäckchen, was wir können tun. Irgendwo, was wir gelaufen, was wir tun, um gereicht zu sein, um Gott zu leben, oder so wieder. Dort ist nicht, was Gott gefallen hat. Mit Gott, haben wir Gott nicht gefallen, sagt er. Dort ist allmählich Gott gefallen. Sagt, wer nur Gott kommen will, mag gelaufen. So, der mag gelaufen haben. Dort hat es, denn dort hat die belohnt, die am irrenslich zu gehen. So, wir können klar sein, einmal kann es sein, dass wir selten gelaufen haben, wenn wir Gott gefallen werden, dann wird wir gelaufen haben. Und dort kann wir auch nicht tun. Einmal wollen wir uns vielleicht sagen, Gott, wir haben alle Dinge getan, die Arbeit in den Gemeinden, so wieder, wollen wir uns gelaufen, wenn wir das tun. Und dort ist schlecht, dort ist Gott, wollen wir verschiedene Dinge tun, wo wir können sehen, sind die nächsten, dort ist alle Gott eigentlich nicht, dass unsere Wochen nicht gaudet ist, aber wenn wir waren dumm, wenn unsere Wochen Gott gefallen, das ist allmählich. Gott hat gefallen, wenn wir gelaufen haben. Das ist, wo wir am Tag gefallen leben. So, hier kann wir klar sein, dass durch den gelaufen, dass wir Gott gefallen. Das ist, was in gefallen ist. Und wir weten noch, durch den gelaufen, dass wir auch geleben haben. durch den Glauben, nicht durch unsere Wochen. Wir können uns nicht raten mit den Wochen, die wir tun. Das ist durch den Glauben. Wenn wir den Glauben haben, können wir gereicht sein. Johannes das Kapitel sagt das 47. 4. 4. 4. 4. 5. 5. damit abfallen, wenn Jesus auf vielen verschiedenen Städten geschrieben hat, das lese ich auf vielen verschiedenen Städten, wo er immer sagt, dass ich sage, die Wahrheit. Und ich wundere uns mal, worum sagt er, ich sage, die Wahrheit? Dass ich doch ganz die Worte, wir sollen das annehmen aus der Wahrheit. Aber ich glaube, dass es oftmals werden, wie sie clean gelaufen sind. Wir glauben verschiedene Dinge nicht. Eins, wenn man Allah hat gesagt, von was die Schrift von Reden hat, dann wie uns in das Verständnis sei, wir dann noch ein bisschen sagen, ja, über euch, ich habe nichts gelebt. Ich habe es anders gelebt, als das oder das. Dann verloor wir uns leider durch. Und ich glaube, doing what Jesus und Simmel ans klare mir an, ich sage Ihnen die Wahrheit, of what ich sage, das ist die Wahrheit. Ich sage Ihnen die Wahrheit, und das ist was er sagen, dass wer an mir gelieft, half aufgeteilt. Dei haft aufgeteilt. Das ist Gouden-Norach, das zu weiten, wenn er sagen, dass wer gelaufen hat. Wer an mir gelieft, dei haft aufgeteilt. Und das ist ganz klar, dass, wenn wir zum Glauben gekommen sind, wenn wir am Gelaufen haben, wenn wir am Gelaufen haben, am Krieg von uns sind, und dort annehmen und gelaufen sind, dann haben wir all das aufgelaufen. Das ist nicht, dass wir in der Zukunft wollen, dass wir aufgelaufen kriegen, aber er sagt, dann haben wir das all. Dann haben wir das nie all. Hier nie, wenn wir noch leben. Und das ist nicht vom Himmel, haben wir all das aufgelaufen. Und das sage ich auch nicht, dass wir das Fleisch wollen kriegen, wenn wir genug Gouden Dinge geduhen haben, Gouden Wolken geduhen haben, oder eins, wenn seine Regelungen sind neu gefolgt, und dann reicht die Kauke vor, und all diese Dinge. Nein, das sage ich nicht, das ist dort. Das sage ich nicht, dass dort für uns das aufgelaufen geben. Er sagt, wer an mir gelieft, haft das aufgelaufen. Und da ist es eine Freude hier, und wir können auch weiten, dass wir hier all die Kinder aufgelaufen haben. Auch in Johannes 3, Versaßen, da steht, das sage ich auch so, wer an den Sehen gelieft, haft das aufgelaufen. Der Glauben. Wer an den Sehen gelieft, der haft das all. Der haft das aufgelaufen. Und wer den Sehen nicht gehorcht, wird das Leben nicht sein. So hier kann man sagen, entweder du gelieft, du hast den Sehen, du wirst geraten, oder du gelieft nicht, und da wirst du den Sehen nicht haben. Da wirst du nicht geraten. Das ist ein bisschen viel weg. Entweder du gelieft und du wirst geraten, oder du gelieft nicht, und du wirst nicht geraten, und du wirst verdammt worden. Das ist ganz klar. Ganz klar für uns zu weiten, das ist neidig, dass wir den Glauben haben, dass wir gelieven, was der Schrift sei denn ist, und was er sei denn von sich selbst, dass er uns geraten hat, dass wir den Amtchen gelieven in das Aufgelaufen haben. Es ist sehr wichtig, den Glauben zu haben. Es ist sehr wichtig, Und wer den Sehen nicht hat, ihr heucht, wird das Leben nicht sein. Der wird das Leben nicht sein. Der wird keine Möglichkeit sein, für so eine Person, die dort geraten worden. Der wird das eurem Leben nicht sein. Überblüft und ihr Gott sind euer. So wie Gott, wir können es sagen, wie Gott es ans Glauben, viel wird. Wenn wir gelieven haben, dort ist viel wird wie Gott. Und einmal, hat er sogar verschiedene Proben, die uns kommen, um zu sein, wo ich ans Glauben ist, uns auf eine Probe zu stellen. Und dort ist das einzige Mal, das fällt sich nicht gut, wenn uns geprobt wird, auf verschiedene Wege. Und wenn wir kicken, nur die Schrift, nur was die Übersicht ist, worum wir einzig mal verschiedene Dinge gehen, verschiedene Dinge in uns leben, was Gott hat in uns leben, worum das ist, nur die Schrift, dann sollen wir gleich ermutig werden, in den Tiden, dann sollen wir uns freuen, dass Gott will uns auf eine Probe zu stellen, zu sein, wo stark an das Glauben ist. Er will hören, dass wir so ein Glauben haben, weil es am, wie am, dass der Glauben sehr viel wird. Einmal war Gott sogar beschuldigt, sagen sie, wann Gott so leiftholig wird, dass der Schrift sein wird, oder als ein Christen sein wird, worum wird er all diese Dinge dann toll an uns leben? Aber vielmal ist er bloß, wenn er uns an uns beprobt hat, dann sind wir gut wie sein, wo Gott an uns Glauben ist, wo stark die Glauben ist. In 1. Petrus 1. Versaar sagt er, du weinst sehr wie Frau, wann die hier auch noch ein Stützchen durch Lieden gehen machen. So Petrus sagt er hier, er weiß, dass er erst mal von der Karte Tid, aber er merkt uns, dass wir eine Frau waren, wir auch noch durch Lieden gehen machen. Das ist ein Versch, was ich für einmal an meiner Ansicht habe, dass ich reden habe, dass ich nicht Leute an uns zufrieden gehen, durch verschiedene Dinge, sogar durch schwere Tiden gehen, und so weiter. Und ich dachte, Leute, ich will nur über diese Versch erst auf heute das 1. Versch sehen. Und hier passt das gleich bei uns an uns Glauben, worum diese Dinge in uns Leben durchgehen, oder worum Gott das Lied in uns Leben vorbegehen. und es werden uns an uns geprüft zu stellen. 1. Petrus 1. Vers 7 und sagt, diese Proben, also verschiedene, wir können hier alle mit einem nehmen, was immer wir durchgehen. Und er sagt, diese Proben kommen immer an uns zu sein, wo echt ein Stück in Glauben ist. So hier kann man sein, an uns Glauben wird geprüft. So als Gold durch den Vier geschickt wird, dort zu rennen, in zu sein, wo echt dort ist. Die Glauben, und hier sagt, das sind dann so mit Gold am Glauben, wenn sie Gold wollen, an uns geprüft zu stellen, wo echt dort ist, und wo Gott dort ist, da war das vier Heidje mehr am zu sein, wo echt dort ist. Und er sagt, das ist nicht so mit uns Glauben. Und er sagt, die Glauben ist, wie Gott viel mehr wird aus Gold. Glauben ist, So das ist, wo sie Gold mitten, wo echt das Gold ist, wenn es durch vier gebraucht wird. Und er sagt, so wird man ans Leben, wenn wir durch vier gebraucht werden, in diesem Fall, die schwere Tiden, dass er uns beprobt zu stellen. Und er sagt, die Glauben ist, wie Gott viel mehr wird aus Gold. Wie weinen, wie Menschen, es gilt sehr viel wird. Der Schatz gilt sehr hoch, aber Gott sagt, an das Glauben, es viel mehr wird, ist dort. Und er sagt, hei schatz ans Glauben, sehr hoch. Hei sagt, so wird ein Glauben, wann der der Probe besteht, jund viel Herrlichkeit geben. So viel Glauben wird ans Luten-Taukum dann durchgegen. Und die wurden geiert und gelofft worden, wann Jesus Jesus kommen wird. So hier kann aber klar sein, dass Gott will haben, ans Glauben, wie sollen bestochen bleiben in ans Glauben. Wann wird euch vor den Tiden gehen, verschiedene Tiden. Wollte nicht einmal sein Apostel sein, wo wir vielleicht läufigst du nicht wollen wollen, haben, wie sollen durchgehen. Aber wenn wir weiten, dann wollen wir das erste, dann sollen wir uns gehen dort verfreien. Und wir werden nicht ermutig und verdrissig in den Tiden. Und Jakobus sagt ganz klar, er sagt, er sagt, in Jakobus 1, Vers 2, er sagt, meine Bräder, das redet die Christen, er sagt, meine Bräder, nehmt dort mit Frieden an. Ich glaube, das ist leichter zu sein als zu tun, dort so eine Dinge als das mit Frieden annehmen. Weil er sagt, nehmt dort mit Frieden an, wann die auf verschiedene Wege geproft und versagt wurden. So er sagt, die verschiedene Wege, und was immer, und hier können wir auch verschieden mit annehmen, was immer wir werden, wenn wir geproft werden, wenn wir geproft werden, dass wir das mit Frieden annehmen. Und ich glaube, das braucht auch sogar das braucht Glauben, das mit Frieden annehmen, zu weiten, dass das ist für uns zum Glauben. Votr einmal, das ist, was die Übersicht ist, wie wir das geproft werden, wenn wir auf verschiedene Wege geproft in versagt wurden. Er sagt, dadurch, dass ihr Glauben in der Versetzung bestanden bleibt, lebt ihr geduld sein, geduldig sein, und das darf ihr weiten, sagt er. Und wir weiten, wo viel, wo viel kann viel uns nicht an Geduld. Er sagt, das wird uns recht sogar Geduld geben, diese Dinge. Und er sagt, dass wir weiten. Wir können weiten, worum das ist. Und an der geduldig sind, sollt ihr mit einem beholten bleiben, dass ihr fehlerlos und unbeschädigt seid, und ihr nicht fehlt. Das ist, worum die Dinge passieren in unserem Leben, und wir geduldig kennen, wenn uns gelaufen wird gestorben. In Heuvalokan alle Menschen sollen das lernen, das zu weiten, wo das ist. In Heuvalokan sollen die Menschen sollen zu der Ansicht kommen, zu dessen gelaufen, wo er kann geraten, wo die geraten werden, durch den gelaufen. Heuvalokan goa, wann wir in verschiedenen Dachgüren doan, wann wir in einzelnen Tostos sind, will er an sich zu goa helpen, wann wir gelaufen doan, heuval an zu helpen in den Tiden. Wir lesen von vielen Erforenheiten in Gottes Buch, in der Bibel, von Worten Geschichten, von wo Menschen Glauben geholt haben, verschiedene Dinge gehen und im Glauben kann Gott beten haben nur Hilfe, wo Gott entholt und hat. Und dass wir auch uns verweiten sein, wo das Glauben ist, dass wir können durch den Glauben Jesus kommen im Gebet. Und wir haben verschiedene Wörter Geschichten in der Bibel von so ist und ich will uns von diesen Geschichten verteilen, was wir in der Bibel haben, zu wissen, als Beispiel, wo Glauben Menschen helfen und ich denke, in Markus hat das 5. Kapitel eine Früh, wo wir eine sehr bekannte Geschichte, eine Früh, wo du vor 12 Jahren bleibst. Hier wird eine Früh, wo du vor 12 Jahren krank warst wir und hat gebläht. Ich nehme an, dass vielleicht die Tiden sogar mehr ist gebläht. Wenn eine Person vor 12 Jahren bleibst, die wird mehr gebläht. in diese Früh krieg halb und wir wollen mit sagen, was diese Geschichte an Lieren hat von Glauben haben. In Markus hat 5. Kapitel in die Bibel mit lesen. Es ist wie eine Früh, die 12 Jahre gebläht hat. Und die hat viel gelebt, die in alles gebläht, was sie hat. diese Früh hat viel leidenschaft gegangen, viel gelebt durch ihre krankheiten, viel gelebt durch Doktors vor, die Kassen die gebt hat, und so wieder. Sie hat alles gebt, was sie hat, die Doktors an Proven zu help von den Doktors. So sie hat viel durch diese Früh. In diese Doktors und all die Menschen, sie hat geproft, was er helfen soll, und keiner hat er können helfen, so weit. In der Städte hat er können helfen, wie er schlechter geworden sogar, er wird immer euch geworden, wenn er krank hat. Er hat alles gegeben, was er hat, und sagt ob wir mit er in der steht betta, bloß immer euch geworden. So diese Menschen, diese Früh hat keine Hilfe gekriegen von den Menschen, von den Doktors oder von ihnen zu denen wird krank geblieben und dort wird immer euch mit er. Für 12 Jahre kostet in ihr Leben nicht wo sie gefällt haben, wo sie gewesen haben, sie wird immer denken, so gehen wollen sie helfen und sie kriegen noch nicht helfen. Doktors und alles was sie sollen können nicht helfen. Aber kommt das Bescheid dir und das gibt viel Kosten und das Wort ist immer mit er. Das können er nicht halten. Aber sie fängt halb. Das sage ich in Versägen finde ich auch sie von Jesus hier. Ich weiß nicht was sie von Jesus gehört . Hat sie auch vielleicht rot gegeben. Jesus zu gehen mit Krankheit oder was immer. Aber sie von Jesus hier kommen sie durch das Volk von hängen an 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 und schiebt seine Kleider an. So hier wird eine Geschichte hier wird eine große Menschen an Jesus die muss sich durch dringen an Jesus zu gehen. Das hat sie gehört wenn sie an Jesus gehen können wo sie help kriegen. Als sie von Jesus gehört kommen sie durch das Volk an Hängen an Arm an und schiebt seine Kleider an. sie frucht Jesus nicht mal am halb oder eins wort sie ging bloß und schiebt am an. So ein gehalten gelaufen hat sie gesagt wenn ich bloß ohne Kleider anschieren können würde ich gesund werden. So ein gelaufen hat sie wenn ich bloß an anschieren dann wurde ich geheilt worden. Und das ist was er gelaufen hat. So viel macht half gelaufen. Aber muss sein es sagt als Jesus sich angeschiert hat als er Menschen sich gedrungen hat und gelähnt hat Jesus angeschieren sagt er bleiden hat fuhrt ab. Du hätt er bleiden ab. Und sie können im Lief feilen von ihrer Pläu geheilt werden. So hier passiert wird Nr in er lief dann können sie sperren. So hier ab mit bleiben und sie können sperren in er lief dass passiert wird sie geheilt worden. Das können sie sperren. Das wird sie vielleicht das erste Mal gefällt haben. In 12 Jahren wird sie krank was wieder. Hier wird passieren in den Körper. Und check man was hier passiert zu Jesus sogar. Und sagt er Jesus sperrt fuß und sich dort eine Kraft mit einem gegangen wird. Und dreht sich man das Volk arm und früh. Wer hat mich leider angeschriert? So hier kann ich auch sagen wenn wir das erste Pot von das erfahren hat dass eine Kraft die sogar mit Jesus rück kommt wie im Glauben an etwas freut haben. Das ist ein Glauben das eine Kraft wird. Wenn wir im Glauben nach Jesus gehen ist eine Kraft die 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 getragen hat. Das wird er gesagt. Jesus sperrt fuß und sich eine Kraft die gingen wird. Er dreht sich an und fragt werfen meine Kletter an die schütt. Hier werden eine große Menschen am Jesus an rübbeln und anschieren mit Albeaus und was wird. Und wenn die Frau werfen angeschickt die ganze Zeit werden Menschen bedrängen und anschieren die interessante Frau hier. Und die jünger die dachten vielleicht müssen eine Dame Frau die haast. Die wissen nicht Frau und wer alle haben die ist. Sie sehen sie steht fast eindeutig die jünger sehen die die sitzt dort das Volk die drängt und dann fragst noch wer die angeschickt hat wovon die Frau ist dort sind hier Menschen die bedrängt und sogar nie ob jemand fragt wer hat die angeschickt und bei dem angeschickt wird was andere als alle anderen alle leiden. Das angeschickt wird im Glauben Heilung zu kriegen. So wenn wir beteken hier wo so viele Menschen hier am Jesus wären wenn wir die Geschichten klimat getragen was hier passieren als Jesus wenn die Träger wird falsch eint finde ich aus Jesus war er in der Lamm nur der andere sieht mehr je vor wir sammeln sich der Wut waren viele Menschen am Arm hier fängt er an wo die Menschen sich rumtrauen leiden am Arm und hier runter gehen und sie hatten viel Wunder gesehen von Arm und so trauen sich viele Menschen am Arm und da werden graute maßen Menschen und eine besondere Person von dieser Gruppe hier sie nennen Jairus einer von den Jüden schoen kam auch und als Jesus sah fall he vor am doel so hier wird eine große schoen Menschen auch in ein jüdischer Lehrer kam hier auch von Jesus gehe und fall vor am doel und hat eine Frau für Jesus der hat auch ein Verlangen dass Jesus am halben leid für jüdischer Lehrer wird sehr schwor nach halb der Frau sagt leid wenn sie werden die unter halben können und mein wirklich sie sehr deimütigen um halb der Frau und deshalb wird ab ihrem am fehl dort und Jesus sie eine halb und er fall far am doel er fall far am doel und prach am seien und seien meine kleine dochter ist um storven komm doch und leid die hängen ab dass sie gesund werden und leben das ist was sie verlangen wird von Jesus zu verarmen so die hier werden die Menschen ran und beobachten das was Jesus hier wird tun er sagt in Huy ging mit am mit und kommen viele mit und dringen sich an Jesus ab tau die dringen sich und am ab tau so hier dringen die Menschen sich ram am du können bezeichnen wofen er hat Menschen die dringen sich ram Jesus und wo eine interessante Frau wird für Jesus dass hier wird eine Person wird am angeschirrt hat so du in früher ging hier und sie sitzt dort der Fall die dringt und dann fragst wer die angeschirrt hat wir sich heim und fahr am doel und sieht am der fall war hat so hier hat sie die tid genommen und hat sich zu doel geknäut und alles vertelt was er der ist vielleicht von ihrer doktarie und alles was sie hat von ihren letzten 12 Jahren oder was immer der vertelt Jesus hier alles und Jesus seht er sie können gehen im Frieden ihr glauben hat ihr geholpen und sie seht meine dochter die glauben hat die glauben hat ihr geholpen so Jesus sagt sie die glauben die glauben hat die geholpen go in Fried du bist von diene plau los go du nur ein Christ hier von Jesus er wie geholpen sind wir los von ihre krankheit wat je nu kunde sie in Frieden waren in man versammlung sein wo die hier ist noch mehr der hänge von dieser frühere krankheit ich glaube sie war einsam geworden sein weil sie nicht die Frieden mit Menschen zu gehen weil sie bleiben die die jüdische gesagt wenn sie bleiben die will die werden sie können nicht mit Menschen sein die können nicht mit Menschen die gott stehns nack kommen sie wieder sie genannt eine arreine Person solange sie bleiben died und hat warnen und dort sie nicht durch gestorben wenn sie in ihrer arreine hat in meiner Wohnung oder vielleicht sein ein Gottesdains nack kommen wird in ihrer so der glauben wird wenn so eine Person steht wenn man Menschen kommen und sie arreine wird sie sein an der arreine person wenn die anderen kommen in ihrer Versammlung und die wissen ihre Versammlung sind dann werden die anderen auch arreine so die wird streng verboten nicht man Menschen zu kommen solange sie arreine wird aber Jesus hat euch gehe geheilt Jesus hat geheilt von ihrer Arrenheit von ihrer Krankheit durch ihr gelaufen das vermeint ich gelaufen es so eine große nur ich kriege sie hier Jesus hat ihr geholpen in gut und Fried du bist von ihnen los so du hast große Macht im Glauben und wir hätten die nächste Geschichte hier ist noch eine Geschichte aus Gäuses von der Städte Wachink wo er ging in Haupt des Jairus seiner Tochter er wird hier bleiben und wir hier bleiben früh und heute die Geschichte verteilen und sie wird über am Wach nur Jan Jairus seine Dachter heilen und wir haben sie sehen dass wir nicht starven wir sind aber Jesus hat nur der erst starven der schlapp los und er ging zu haben und die Geschichte wird wieder ich werde nicht ganz überlesen über Markus in dem Kapitel versägen und ich sage dass sie von da wieder ging gingen zwei blinge Männer hängen an und sie schregen Leute haben mit mit uns das werden blinge Männer die schregen die sind sehr bedürftig um help sie haben mit mit uns du darf ihn sehen und als Jesus im Haus näin denkt ging die blinge auch näin naam und Jesus vroeg an und Jesus zei an die lief jy tot ich da taun kann die lief jy dat die vrouw und lief ich da taun und sie johar voet es untwivel sie johar sie lief da an wo sie die vrouw die Jesus kon taun na nu dat os os jesus hunde antwut geeft heilt jesus a end dat sacht jesus er uen an und seht dat soll krax so wo os die geleift han krefe sein nu juh gläufe no krax so 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 wie Keiner dort, wo es endwohren. Da sollt ihr keinem vertellen. Ob wir so eine gute nächste Städte stellhauen, ich glaube, das wird auch möglich sein von der Person. Weil sie können das auch nicht stellhauen. Da sind über sie jungen Rüden und vertellen von ihm die ganze umgehend. Das können sie auch erst stellhauen. Sie gehen Rüden und vertellen, was hier passiert wäre. Kein Wunder, dass sie so jungen haben, wo andere Menschen noch vertellen. Weil sie wären blind. Ich würde nicht verlassen, sie wären blind gewesen, aber sie können nicht sein. Sie hatten so eine gute Freude. Sie gingen in die ganze Gäde und vertellen all den Menschen dort. Und ich dachte hier mit ihr, als ich das immer gewohnt habe, ich dachte so, ab wann sie nun über nicht hatten gelaufen gehad, Jesus, er heilen dort für ihr erst, als sie das Leben leiden, dass er das können. Was würde passieren, wenn sie nur gesagt haben, nein, sie glauben das nicht, aber sie wollen hören, dass er so etwas proben zu tun. Was würde passieren, wenn sie nicht hatten gelaufen gehad? Dass er sagt, dort soll krank so werden, als sie geglaubt haben. Döner soll das werden. Wenn sie nicht glauben, die Gott haben, wo sie dann haben können sein, ich wundere, dass wir die glauben, durch den Glauben, können Jesus das tun. Ich dachte an die Geschichte von wo das Fuder sehen sehen, auch nicht Jesus bringen, das was er will haben, dass Jesus will, das ist ein Yes, den anderen ein Yes, sehen sehen, rüttrieven, das wird auch so. Aber Jesus hat das früher erst, als heute läuft, was er hat können. das in Markus, in dem Kapitel, sagt er, die Sehne, die Arne Yes hat geproft, sein Sehne dort zu merken, sogar, sagt er, er hat am Färgen, im Vier oder am Wunder geschmitten, am dort zu merken. Das wird sein Sehne, sein Plan wird, das ist Arne Yes, der will sein Sehne dort merken, der hat er verschiedene werden geproft. Und dann fragt er Jesus hier auch, sagt er, wann du irgendwas downkost? Wann wird das hier schicht, du kommst ja, fahr, ich wundere, als er, erst mit dir, durchgekommen, wo er vielleicht sein Glauben verloren hat, weil er braucht den Sehne, seine Jäger, und seine Jäger können ihn nicht rüttrieven, die können ihn nicht down, so ich wundere, als er, so gedacht, ich wundere, dass er verhalten hat, als er vielleicht da klingeläuscht geworden, über diese ganze Sache. Aber nun kommt er in Jesus, und bringt er ihm in Jesus, und dann fragt er, wann du irgendwas downkost? Dann halb, dann halb mitleid, und halb uns. So, dass du hier vielleicht nicht uns erreicht, geläubt und dat. Dann fragt er Jesus auf ein Korn, du fragst aus ein Korn, dann halb mitleid mit uns? Checkt man, was Jesus sagt, dann sagt er Jesus, alles ist möglich für den, der du geläubt. Der du geläubt. Alles ist möglich für so eine Person, der du geläubt. So, dass du hier, und der Futter hört hier vielleicht an, geläubt. Als Jesus am Sein wird er geläubt, oder als du geläubt das, und dann sagt er, den Jungs, den Futter raukt plötzlich aus, er geläubt. Er sagt, er geläubt. Aber dann sieht er, dass er hängt eine halbe Miene an, geläubt. So, dass du hier, und er hat vielleicht mit seinen Glauben verloren. Vielleicht eine halbe für seinen Glauben. Er hat vielleicht Angst gehört, weil er sieht, dass er heute in der Werklichkeit nicht geläubt, und dann würde sie sehen, vielleicht nicht gehaalt worden. Aber erst die Futter sagt er, er geläubt, und hält meinen an geläubt. Er sagt er, denn aus Jesus, dort fällt du sagt, Hanran, beschwichte den, den allen Gäst und seht, du dover Stamme Gäst, er geläubt, und dann er geläubt, und dann er geläubt, und dann er geläubt. So, ich glaube, das Jungs, der wird für immer geheult. Ich glaube, nicht, dass das Gäst er geläubt, und dann er geläubt, weil es sagt, ja, der hat er geläubt, und dann er geläubt, und dann er geläubt. In Matthäus 7, 4, 8, das ist die Geschichte auch geschrieben, die Schrift hat in Klima geordnet, das sagt, dann red Jesus irrenslich der Arm, in der so tun verleiht, in der Jungen wird von deich stunden und gesünd. Der Jungen wird gesünd geworden, von deich stunden und. Ich dachte mit dir, dass er nicht aufmacht, so zu sagen, mit uns, wie wollen vielleicht hier geläubt, wie Frauen, Jesus, wie Frauen gerade in der Wirklichkeit, wenn wir das tun wollen, dann würde vielleicht auch sagen, ich geläubt, das ist reich, ich will das geläubt, aber ich kann das nicht reich geläubt, das ist vielleicht auch für ein klingel geläubt, wenn wir uns mit Wort hat, ein Tusch tun, wo wir uns wirklich feiern, einzig mal, das klingel vielleicht nicht wehren, wir nicht wirklich geläubt, ans Glauben erst vielleicht auch muss auch te klingen. Jakobus lese wie von Sonne wurde nicht glauben half, Jakobus einfach saß, sagt, Loth über im Glauben Frauen, weil das redet von wenn das an Verset fehlen, der konnte Gott kommen und Frauen und der wird an Verset geben, und sagt, Loth am im Glauben Frauen, Loth am im Glauben Frauen, in Nicht Twiwelen, Nicht Twiwelen, sagt, ein Twiwelen ist so aus Nebal ab im Meer, der von Wind Han her getreffen wird, sagt, wer Twiwelen, wer Twiwelen soll nicht meinen, der von Gott wird kriegen wird. So ich kann hören, wenn wir Twiwelen dann wir nicht leben dann wir nicht leben dass wir wollen kriegen wir leben nicht sondern wo Twiwelen das ist eine Wahl ab mehr was der Hahn in Heer getreffen wird. Er sagt, ein Twiwelen ist Hahn in Heer auf all sin we Menschen wenn er mit verschiedenen Menschen vertellen das einmal wenn er vertellen ist dann sie glauben sie ein zu lernen dann sagen sie das oder dort glauben sie haben fraschen gelaufen gekriegen oder einst mal haben sie eine frasche kreuk angefangen dort predigen sind es wie ein Hahn wird ihr predigt soll das wird sie gelaufen tun dann nächstes mal wenn er mit er red ist ah die sollen noch anders sein haben die haben an anderen gelaufen die glauben an was andre das sind Hahnen her auf all er we das was ein Twiwler ist die sind beständig in was sie leben down die sind Hahnen her die loten sich ab durch schmieten von den Donner von wo der Wind kommen der loten sich auch durch schmieten so so ist das ist neidig dass wir glauben haben so ich weiß nicht wo jeder steht mit dem glauben wo stehst du mit dem glauben wenn du das war ist glaubst du dass du das warst kregen kannst du nicht Jesus im geloven in das vertrauen dass du das warst kregen aber das ist auch in der berg ich glaube dass ich freu die ist wichtig dass wir glauben glauben dass wir glauben und glauben den glauben was fehlend hat was Jesus will haben was wir sollen haben wann wir na arm kommen nicht auf unser verstand verlohen dann ist es vielleicht was wir verstehen und begrepen können wie es dort kann sein da wollen wir in der wirklichkeit im gelaufen leben wir wollen so leben dass wir begrepen können was wir verstehen können und wir vertrauen uns vielleicht ab als schmieren wir glauben gelaufen gelaufen haben wo wir noch Frauen tun und dann Frauen sehen wollen was sie tun wollen passieren wollen in unserem Leben und glauben dass wir durch glauben können geraten werden das was das was die glauben das dass wir in Galater lesen dass Unglauben konnte einer erreicht werden so noch einmal wenn wir glauben dann haben wir gelaufen wenn wir gelaufen dann wollen wir gelaufen haben das sei dass Unglauben ist allmählich gelaufen so dass ich allsehlich weiß nicht wo die stehen in dem Glauben aber mein Gebet ist dass wir wenn wir nicht glauben haben dass wir auch stehen und sagen Gott halt mich an Glauben stark wir in Glauben dass wir auch stark werden im Glauben dass wir im Glauben leben und am gefall wird euch wir können weiterholend sein dass wichtig ist dass wir Glauben haben in Schreffen das ist noch bis ein paar steht in der Bibel wo es von Glauben reden wird noch viel mehr wo noch lange reden in Wesen von Glauben und wir wissen dass wir können dass wir können geraten werden durch den Glauben und wir wollen mit Warken proben viele von uns haben vielleicht lange geproft und so selig hätte verdient mit Warken und wo wir bald ändert da haben uns nichts geholpen haben uns noch nicht angebracht haben uns nichts dichter wieder nur Jesus gebracht das ist durch den Glauben was wir haben am Krieg für uns wenn wir das gelaufen haben und annehmen haben dann wir das weit nicht rat worden Jesus vertellen das zu den Jüden von wer werden dass sie sollen gelaufen an von Himmel Gott hat ihm geschickt Menschen zu raten und sie wieder die Menschen die leben haben das auch sie hatten den verlangen dass sie wollen das was to tun viele von uns haben das wird nicht durch die Zeit wie die Bibel studien wir gehen durch den Johannes Breiv und Johannes so was tun die haben den verlangen dass Jesus entwiesen was sie verweichen sollen tun dann se gott sin work to work so sie hatten verlangen sie mussten was down sie mussten work haben Jesus antwort in sitte an gott sin work ist das die und den gelaufen den Gott geschickt hat das ist was sie verlangen ist die gelaufen und den gelaufen den Gott geschickt hat so wie so wie leben mit working down dann kann das sein what we don and what we go to to God God have fallen down when we go to down when we see down and help on the way but when we believe that what God bring to God to be God he says that that is that that is that that we that will to our to to our so my mein verlangen gebet is that we will all streven in the faith to live to all the faith that is to love that what you have for us and when we come and what women do in the faith and when we not believe that God has faith that we can may in faith and live we have to the God himmlish food we come to the end and we thank God for what you what you have to believe that we believe that we want to in the faith that is all that we don't believe that we don't believe that we can in the schreft les and so viele verschiedene biespielen what we have where we can say for so the men what they believe and what what they believe and what they believe what they believe and we can not say what they believe that we want to that we can clean glo of verschiedene way and what we know where we live but we will Wenn die Wahrheit sein erklärt, dann würden wir oftmals auch tauscht tun sein. Wir haben nicht sehr stark geglaubt. Uns fehlt dann auch, dass wir uns glauben. Storken, da jetzt das Führer sind, was sie sehen, wo Jesus bracht. Und er stört der Tau, er sieht, halb ein Refug, was er am wohl halben in seinem Glauben. Und Gott, wenn wir hier auch klinklos sind, wenn wir hier eins verpassen, und unser Mann hier, was er auch klinklos ist, ich beden, dass wir dauerst starken in der Glauben, dass er Glauben kann, stärker werden, aber dass er die Glauben kann leben. Dass wir alles im Glauben können, dass wir im Glauben alles in die Idee bringen können. Und ich danke dir, Herr, dass wir da nicht beschaffen werden, für unsere Seiligkeit, besonders wenn wir denken und uns selbst die Seiligkeit verdienen. Du hast nichts, was wir tun können, was uns Seilig machen kann. Bitte, was du getan hast. Das ist das Einzige, wo wir geraten werden können, nur den Glauben, nur das Glauben, und annehmen, was du getan hast. Und ich danke dir, Herr, dass du hast dein Sein geschickt, uns die Sinnenschule zu betonen, und das Absicht genommen, um, dass wir die Rat werden können. Und dass wir das bloß annehmen, um uns geschenkt, und dann weiten, um Glauben, dass du das getan hast, und dass wir das nachher auf ihr Leben können haben. Und ich danke dir, Herr, dass wir das allnühell können wissen, dass wir die Rat sind, dass wir das auf ihr Leben können haben. Weil wir die annehmen, im Glauben, für was du getan hast, für uns. Das Dankeschön dafür, Herr, dass du uns dort auf dem Glauben hast. Und ich bitte, dass du das wünschst. Viele Menschen wollen dann auch nicht auf dem Glauben erst werden, dass sie auch möchten, die auf dem Glauben kriegen, dass sie können die Rat werden, durch den Glauben, und verschiedene Wolken, oder sogar verschiedene Regelungen, oder Gesetzen, und so weiter. Dass du das nicht brauchst, dass du das gar nicht kannst, um uns zu raten. Ich bitte, dass du uns alle halten, und wir das würden annehmen, im Glauben, und dann im Glauben für die Leben. Und in dir nun bitte, mit Danksagung. Amen.